Moin Leute, ich habe mir gerade einen fetten Burger reingefahren und bin deshalb nicht in der Lage dieses Intro aufzunehmen. Diese Stimme gefällt euch aber bestimmt sowieso besser. Ihr seht jetzt eine Uncut-Runde auf Rebirth Island, in der Matze und ich mit Auffüllen gesucht und mitgespielt haben. Da ich das ganze Spektakel gestreamt habe, wussten immer alle wo wir waren. Viel Spaß mit der Runde und lasst ein Like da, und ein Abo, und einen Kommentar. Kuss. Eigentlich ganz nice. Letzte Runde haben wir nur über Serien geredet, so Kindheitserien und davor halt Ding. Ah, nein, 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 ich glaube es einfach nicht. Yo, what's up, man? Let's go, man. Hallo? Hallo, hallo. Moin. Moin, moin. Hallo, ich bin der Matze. Hallo. Unglaublich Unglaublich Ahja dann gib ihm Ja jetzt musst du mal umher ne, alles andere ist traurig eigentlich Alle ankert Neubi, nein Neubi Level 657 Neubi, Junge geh mal raus Das wär alles meine AP gewesen Wähler Junge es ist Wähler Neubi Die ganze Community ist drin Wir machen jetzt hier einen Durchmarsch Einmal um der Rebirth Wo jobben wir? Dass wir auch überall in jedem Raum mal drin gewesen sind Auf geht's Äh, wo wollen wir, ja Lass mal, lass mal, lass mal Markiert, markiert Ja können wir machen, ja Ähm, okay Dann können wir machen Kommen wir Wer haben's denn? Ich möchte jetzt volle Pulle von euch sehen, die sind Level 200 und Level 130 oder so Jaja Wir machen jetzt alle 20 Bomb Und wer Wähler exekutiert kriegt 5,000 Zapps Der landet, der landet, der landet Es landet, oh mein Gott, ein Fullteam einfach Nice, stark Ab zwei, ab zwei, ab zwei Noch einen Beide gefinisht Ich hör's nicht Sauber Ich 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 Ja Die sind ja, die sind da, wo der Job ist Der kommt mit dem Raketenwerfer Warte, 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 ich hab ihn gleich Hab ihn Ja Ja Na, ich seh nur Sonne, wenn ich da hoch schaue Auf Prison oben drauf ist einer Und hinter mir Da kommt einer gelandet wieder Hab, hab, hab Wo bist du? Der kommt rein, oder? Ja Ich Ich Ja Wichtig, wichtig Oh Oben einer Können wir ist das hektisch hier Ja Hier drin einer Knock Finish Lieber uns alle Bleibt Bleibt Ja, man ziert noch ein bisschen für Ding Für Loading Mhm Ja Geben wir auch Wir werden halt geistesgang gesniped gerade, ne? Also die kommen halt alle zu uns hier Hab noch einen Weiß Ja, wir haben hier das beste Team einfach bekommen Okay, mal Die Jungs, komm 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 Ich echt hab den Geld Wo holen? Wo holen? Die können dann alle auf uns kommen, ne? Ja, ich bin gestanden von Orffens Ich bin gestanden Ja Ja Okay, das nicht Ich guck Wie brauchst du das noch? Matze, ich geb dir Geld Gibt dir die Matze, hab ich Hit Nice Hard hit Ja, ist das hier Ein Durcheinander Bin am heilen, bin am heilen Oh Gott, oh Gott Auf den Push Naja Der ist immer noch Hits Crack, crack, crack Shotgun 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 Yeah, yeah, hier ist alles Sauber Deine hinter mir, oder was? Gib mir Platten, gib mir Platten Nein, noch einer an mir. Ommi, ommi, ommi. Juhl, was geht da ab? Die kommen alle zu Instagram. Oh, what? Wird gesniped? Naja, da sind wirklich 100 Leute auf uns drauf. Oder was war das? Die sind alle bei uns. Oh Gott, wir müssen hier raus. Wir müssen hier wirklich eigentlich nur ganz anders sein. Noch einer hier? Nein. Ommi, ommi, hier drin, hier im Raum. Oh mein Gott, hab ihn. Überlebt, überlebt. Überlebt, überlebt. Du musst überleben, Bro. Du musst überleben. Sieben Sekunden, fünf. Zwanzig. Ich bin tot. Zehn, mindestens. Geh weg. Nein, nein, eine Sekunde. Keine Schuss. Eine Sekunde. Nein, eine Sekunde. Nein. Ich hatte eine leere Bullfrog und der hat die ganze Zeit nachgeladen. Sonst wär ich weggekommen. No way. Eine Sekunde, Bro. Ja, Digga, das kann man nicht spielen ohne Verzögerung. Das kann man ohne Verzögerung nicht spielen. Ja, ich hab abgedrückt, aber vielleicht 30 Sekunden zu spät. Oh mein Gott. Krank. Egal. Wir gucken auf jeden Fall der Lawdown zu. Aber echt ne geile Runde. Wir haben irgendwie wieviel Kids haben wir gemacht, Digga. 11, 14. Und Vailer neulich sind nicht einmal zu uns gekommen. Die haben so Angst gehabt. Oh mein Gott. Alle waren hier bei uns. Wirklich alle. Ja, ja. Ich hab noch nie so viel Stress gehabt. Wir gucken mir auch alle zu. Ist ja safe. Ich stehe die ganze Zeit auf dem Shop, will dir die ganze Zeit einfach nur Lawdown kaufen. Und keiner gibt mir Geld. Okay. Das wär auch wirklich nicht gegangen. Also ohne Scheiß. Eine Sekunde überlebt. Bro, ich dachte ich komm rein, Mann. Und jetzt sind wir da nicht mehr. Keiner ist mehr da gefühlt. Okay, doch. Es sind trotzdem noch richtig viele dort. Bro, es gibt noch 30 Leute. Wir haben aber echt gut Kills gemacht, ey. Naja, wenn wir das wirklich überlebt hätten, wär geisteskrank gewesen. Aber ich hebe natürlich... Ich hebe eine Waffe auf vom Boden. Bullfrog leer. Und drei Leute waren dann auf mir. Imagine Ausbruch. Ausbruch gibt's auf Rebirth nicht. Keine Ahnung. Irgendwo hinlegen müssen. Gibt's Ausbruch bei Rebirth schon? Ne, ne, ne. Ich wurde ja gepusht. Ich musste wegrennen, Matze. Ich komm mich nicht hinlegen. Einer war in meinem Raum. Den hab ich auch played. Dann bin ich weggerannt vor dem. Und dann kam mal vor mir einer. Hinter mir noch einer. Und ich war halt leer geschossen noch dazu. Ah, so schade, Mann. Eine Sekunde war das. Das ist manchmal so. Ja, das ist manchmal so. Särgerlich. Doch, gibt es? Gibt es? Gibt es wirklich Ausbruch? Ich glaub, das gibt's nur in Private Match, oder? Bei Rebirth? Ne, gibt's nicht. Gibt's nicht. Nur Schlussverkopf gibt's hier. Genau, ja. Ja, Schlussverkopf, ja. Ich glaube, es gibt Eisbruch nur in Kasseljams. Okay. Ich fahre. Ah. Ah. Da ist es dann auch jede Runde, ne? Oh. Ja, genau. Kalypse mit dem... Das ist so ein nicer Snipe. Es gibt wirklich Ausbruch, das hatte ich heute. Ja, Sam. Ich hatte mal einen Ausbruch. Digga, Ausbruch wäre jetzt so big, ne? Naja, das können wir nicht gerne werden. Ich hab bisher auch nur Ding gehabt, nur Schlussverkauft. Digga, guck die Kalypse hierzu. Girl, Kalypse. Ja, schau dir noch. Sniped hier die ganzen Leute weg. Ja. Schau mal. Hey Mann, eine Sekunde. Also ich bin bei Uncut Neuer grad zu schauen. Erste Mal dabei, du? Das sieht einfach vernünftig aus. Ja. Ja, ja. Also wir haben vorhin gestartet, du hast zwei Sekunden zu spät abgedrückt und dann sind wir halt in die Vorlobby gekommen. Da ist ne Schütt. Nein. Schuss. Sau du mal drauf. Barbarossa war sogar eine Runde davor dabei, glaube ich. Ja, ja. Naja. Das ging gut. Das ging gut. Das ging gut. Das ging gut. Ich bin noch nicht raus. Staffel Kills haben also Wulffogel. Da oben hat er den gesehen? Das ist die Flagge jetzt. Ich hab nicht hingeguckt. Ich hab niemanden gesehen. Denkt ihr Neubi und so leben noch? Die werden so am anderen Ende der Map gelandet sein, nur um nicht auf uns zu treffen. Wir sind mitten im Ende der Map gelandet. Wir waren wirklich im Krieg. Wir waren im echten Krieg. Wir waren im echten Krieg. Und keiner kommt. Ich hab mir gedacht, irgendwie Vailer kommt, Neubi kommt, irgendjemand kommt. Keiner kommt. Nicht einer von denen, ja. Schussverkauf. Nein. Wie nice wäre es, wenn wir jetzt einfach so One in a Million, oh mein Gott. One in a Million. Ja, das ist Neubi. Neubi. One in a Million Ding hätten und einfach Ausbruch. Das wäre so krass. Schon mal Vailer zu? Kann man nicht, Seth. Also müsste ich halt raus haben jetzt aus dem Gännen so. Jawoll, Team mit der Shotgun. Ah shit. Guckt auf den Boden! Junge Team! Konzentrier dich! War ein Fein gewesen. War ein Fein gewesen. War ein Fein gewesen. War ein Fein gewesen. Oh, au. Letzter. Last of the Life. War eine neue hat das. Au. War eine neue hat beide geshebrankt. Wieso man... Ach, eine neue... Oh mein Gott. Neue hat... Eben. Das hat der wirklich... Der hat gebraucht, bis der bei mir ankam, der Jog. War das einer links gelandet, ne? Und durch die Wand. Ja, ja. Durch die Wand. Mit meinem Wallhack hab ich das gesehen. Da ist ein. Nein! Was? Sau dummer Kopf. Das ist sau dummer Kopf. Das ist sau dummer Kopf. Das ist sau dummer Kopf. Ausdruck gibt es nur in Rebirth Mini Royal. Okay, keine Ahnung. Ja, es gibt nur bei Ring. Und dort. Oh ja, das war jetzt nicht so much, was er wollte da. Ne, den Yook. Yook ist noch in Portugal. So, schade. Wie der von Portugal ankert. Einfach aus Portugal. Ankert unten live aus Portugal. Am Strand, Digga. Wellen kommen so hin. So auf Setup manchmal so gespült. Scheiß drauf. So tot. Ach du Scheiße. Oh, oh. Nice. Waffen, Waffen, Waffen. Ah, heiter feck. Ja, da war halt einer direkt fallen, ne? Oh mein Gott. Er muss den looten. Er muss den looten. Die Märchen ist jetzt hoch gewesen. Die sind einfach aufgeklatscht. Aber er muss am Leben bleiben. Und am besten den looten. Aber jetzt gibt's den loot glaube ich nicht mehr. Wenn wir gehen dann unten. Das ist so viel los, Alter. Der Bühne wird deaktiviert. Er muss dieses Treppenhaus rein jetzt. Ja. Bei dir? Ja. Ja. Okay. Weil da liegen halt Waffen und Platten und alles für ihn. Wenn er da hingeht, hat er alles. Er macht's. Nice. Eigentlich muss man aber das Leggy zuschauen, ne? Mit Uncut, klar. Ja, Tim hat auch Uncut drin. Er hat's geschrieben wie ein Trottel. Guck mal, der eine ist sogar raus, oder was? Ah, ne. Das ist nur verbuggt. Okay, der kommt in zwei Sekunden wieder, oder was? Ne, ne. Das Rebirth ist ja weg. Ne. Ne. Er wird so aufgehen. Guck mal, der eine ist raus. Kajos. Er ist, er ist er nie. Was? Welch wird? Er hat einfach gekrittet. Dem schauen wir zu, Belly, oder? Aber bringt halt nichts, glaube ich, weil er keine Pappen hat. Ne. Alle dead. Alle dead. Obwohl. Hm? Noch zehn, fast geschafft. Die haben ja auch keinen Rebuy, ne? Du bist nicht. Unlucky. Schrotze. Oh, das ist nichts. Sonics. Supersonic. Ausbruch gibt's immer in Kasten. Ja. Da kommt wieder jemand. Push mit der OTS. Oh, ich hätte gerne einen Loady gehabt in der Lobby. Ja, ja. Safe. Oh, das wird sau-schwierig. Das ist sau-schwierig, halt an Loady zu kommen, ne? Ja. Das ist sau-schwierig, halt an Loady zu kommen, ne? Da hätt' auch woanders, Chemical oder so, hätt' man landen müssen. Vielleicht ein bisschen da, so. Weiter, ja, ja. Ich hab hier zwei Teams geben noch mit den Teams. Also Ibo und so. Und dann noch zwei Teams. Wen schaut ihr zu? Ah, ja, Ibo, ne? Granate ist raus! Ibo, ja, ja. Das viele Teams. Die sind gut dabei, die haben, guck mal, vier Leute. Boah, zwölf Kills, Ibo, Junge. Ja, ja. Mashallah. Mashallah, ja. Also ne. Wälder und Neu, wir gewinnen nicht, glaub ich, ne? Ne, 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 ne. Die sind raus. Ja, GGs. Ne, zwei Lin noch. Zwei Lin noch. Oh, Ebo! 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 so ich bin gleich aber echt viele leute drin alles zuschauer ich würde es noch eine machen ja aber wenn er war mit neubi wenn er mit neubi ja klar ja wir waren aber das letzte team die worte alleine soviel zu wir f f f f f zuerst sei das im klaren tag irgendwann ist ja auch fast jeder ankert lobby mit drin